moin leute guten morgen die nummer 23 ist dran schauen wir mal was heute am tag vor weihnachten drin ist sweet chili potato chips und zwar die sind aus schottland maki sweet chili fakt am 25 12 lassen die menschen in schottland den kamin durchgehend an damit böse elfen nicht ins aus nicht ins haus kommen eigentlich kommt ja nur der weihnachtsmann oder schornsteinfeger durch den schornstein aber wenn wir meinen dass da auch dann die elfen durch den kamin kommen könnten umso besser wenn dann bleibt und das schön kuschelig mal nicht warm gut dann geht mir daumen hoch abonniert den kanal noch damit die morgen vielleicht noch das letzte türchen mit erwischt und natürlich dann nächsten monat natürlich für die luchess box nicht verpasst und die nächste für das die welt box ist natürlich auch wieder unterwegs bis zum nächsten mal ciao